TÜRCH ME, I WANT YOUR BODY, ist ein Lied von der britischen Popsängerin Samantha Fox aus dem Jahre 1986. Das Lied wurde von Jon Astrop, Piet Kuharis und Mark Schrewe geschrieben. Es wurde im März 1986 als erstes Lied von ihrem Debutalbum TÜRCH ME ausgekoppelt. Die Single wurde ein weltweiter Erfolg und ist bis heute Samenzas bekannteste und erfolgreichste Single. Unter anderem erreichte TÜRCH ME, I WANT YOUR BODY, Platz 4 in den US-amerikanischen Billboard Hot 100, Platz 3 in ihrer Heimat und wurde ein Nummer 1 Hit in Australien, Kanada, Norwegen, Schweden und der Schweiz. In Kanada stand ihr Titel für sieben aufeinanderfolgenden Wochen auf Platz 1, in Schweden sogar acht Wochen.